Was macht der Roboter? So, was passiert jetzt hier? Team 1, was passiert bei euch? Ja, der Stab hat den Jaffer geholt, hat über einen Array, wo er sehr hochkattiert hat, er hat den Jaffer geholt, den nächsten war er dann bei 2, also in der Mitte. Der Jaffer hat left, middle und right als innenstaktisch. Er hat durch einen Kunstbesuch, den wir taktisch gut gewählt haben, er legt sich da im Kreis und führt dann nach einem Tagspartner. Wir haben nicht lange genug genug. Wird die zwei wieder weg, oder? Also gut, dass ich drei wollte, weil es sich jetzt eh nicht weiter drehen. Und wenn man sich jedes Mal bei der Test in dem Spiel kommt, wird er ein bisschen süß warm. Ich kann nicht sagen. Wie erkennt ihr das? Erkennt ihr das über die Test? Ich weiß nicht, wo du das kannst. Ich weiß nicht, wo du das kannst. Okay, ich weiß nicht, wo du das kannst. Ich weiß nicht, wo du das kannst, aber es ist vorhergehebt. Ich weiß nicht, wo du das kannst. Vielleicht clutch ich mit dir. Ich weiß nicht, dass ich das bei der Test chlorine habe. Vielen Dank.